Es ist ein Gewicht. Das ist schon mal ein Riesenvorstand. Ich lass mich. Meine Hinweise ist schon mit ein Licht zu Hause. Ich hab da schon mit diesem Anpacken. Das wird mir jetzt auch gegeben. Ich bin ein bisschen messlich. Wie leicht. Wir machen das ja auch. Das ist ein bisschen mit dem Gewicht. Das hat er selber an. Das machen wir. Das geht noch mal zu. Die gleichen Finger sind nur unter links. Und wenn Sie eben auch hier können, die noch mal gegeben haben, wir haben uns vor, ich komme mit einzuschieben. Wir haben jetzt ein Vorbild. Denn die Aufgebildenden selber, die schalten nicht zu sein. Damit geht es eben nur auf. Anfragen, ob wir da sitzen bleiben kann oder nicht. Dein Sitzung. So, meine Freunde, wir sind an. Aus dem Team. Noch alles kälte. Das ist definitiv die höchste Fahrposition des heutigen Tages. So, allerdings muss man ganz mal ein Haus studieren. Wir müssen hier in der Stadt die ganze Zeit machen. Das ist nicht so. 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 Auch jetzt zu langsam. Das ist nicht so. Lass dich mal nach oben treiben und versuch nach oben in die Mitte zu fahren. Ja, am besten hängt er aus, das sieht ganz gut aus. In die Mitte, in die Mitte! Jetzt kannst du nicht sofort nach unten ziehen, wenn du willst. Allerdings kannst du nicht fahren natürlich auch noch ein wenig ins. So, jetzt in die Mitte, in die Mitte! In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte! Jawoll, jetzt hat er's! So, hau, was du jetzt auf dich herkriegst! So, wieder hochkriegert, das geht noch mal aus vom Publikum, um das an die Kugel zu kriegen. Oh, lauflich! Das ist super gefährlich, nur das Kugel. Das ist ja wohl festgelegt, oder? So, ein Gänse! So, warte, 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 warte! Also, der Aja scheint mental bestens hoch vor allem zu sein, den so entspannt hier auf seinen hohen Gäsen sitzt. So entspannt, weil ich lange keine Rocker fahren sehe. Und ich glaube, wir haben das erste Mal auf den Kanal, in das Milch und was heiße. Keine Pause machen hier! So, hier nochmal schön zur Mitte fahren. Okay, Herr Grandson! Ja, das sieht ganz hoch hoch vor allem in den Hüppel. So, ich gucke mich noch ein Gehlaß. Genau, der Links, dann rechts, links, links, links! Auch rechts! Heels, 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 Heels! Ja, Hörer! Ich würde sehr, wenn man zu erwarten wollen, bist doch hier mit der Hecklis-Organzieren einstufen, was hier passiert? Was hier? Ja. So, an zumindest Scheide. Die Leichensegeraden sind klar zu sein. Alles gelesen, hat schon erreicht alles wesentlich gemacht. Das nächste Jahr arbeiten wir vielleicht noch ein wenig an der Zeit, jetzt kann man aber an draußen. Zumindest bis hierhin funktioniert das. Aber nur links. Nur links fahren. Nur links, dass sie wieder in die Hauptschwimmer kommen. Sie können es auch nicht nach, dann guckt man ja wegen. Und dann sind wir noch einmal mit Kassel vorbei, dann muss ich den Kabel rücken. Boah, das sieht sehr gut gemeister aus. Und dann sind Sie da auch nicht mehr... Aber die Rolle der Helfer hat sich durchs Recht. So, so... Wie sind wir da raus für den Haargel? Nachgeschätzt ist vier Stunden, als die Luske geht es durchs Ziel. Und die Grundschapen waren zwei Stunden, 24 Minuten. weil die Kassel war, zwei Stunden, 24 Minuten. Aber... ... ... ... ... ... Vielen Dank.